Wo kommt Schokolade eigentlich her? Das ist nur eine Frage, auf die sechs- bis zwölfjährige Kinder im Ferienworkshop über fairen Handel und Nachhaltigkeit eine Antwort suchen. Die Kinder gehen dabei unter anderem den Fragen nach, wo die Schokolade im Geschäft herkommt und was auf dem Weg von der Kakauffrucht bis zur Schokolade geschieht. Der Workshop findet am 7. Juli ab 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus Luckenwaldestadt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Infos gibt's unter www.telto-fleming.de und damit zu den weiteren Veranstaltungstipps. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018